Einen guten Morgen von Deutschland in die Ukraine zu Tatjana Ohm nach Odessa. Tatjana Lavrovs Ankündigung, den Krieg auszuweiten. Was könnte das bedeuten und wie kommt das in der Hauptstadt in Kiew an? Guten Morgen Thomas, guten Morgen nach Deutschland. Naja, wenn wir ehrlich sind, das ist jetzt nichts wirklich Neues, was Lavrov da gesagt hat, außer dass es jetzt nochmal so deutlich von ihm artikuliert wurde. Das ist etwas, was man hier zum Beispiel in der Ukraine schon immer gesagt hat, wo man sich sicher gewesen ist. Es geht der russischen Seite unter anderem eben auch darum, den kompletten Süden des Landes bis hierher, wo wir hier sind, in Odessa einzunehmen. Odessa hat er jetzt namentlich nicht genannt, aber das ist die logische Schlussfolgerung dessen, was er da angekündigt hat. Was ist das Ziel dahinter? Das Ziel dahinter könnte natürlich sein, dadurch, dass man die komplette Schwarzmeerküste hat, würde man im Prinzip die Ukraine wirtschaftlich strangulieren, weil eben ein Großteil der Exporte hier über die Schwarzmeerküste rausgeht. Deshalb natürlich auf der anderen Seite, der ukrainischen Seite, der angekündigte Versuch und auch im Prinzip der Auftrag an die Soldaten hier, das, was es im Moment an besetzten Gebieten hier gibt, zu befreien. Vor allen Dingen die Häfen sind da natürlich im Fokus. So weit ist man im Moment noch nicht, dass man tatsächlich um die Häfen kämpft. Aber das ist das Ziel dahinter natürlich, dass all das, was im Moment hier russisch besetzt ist, insbesondere Herzhorn und Umgebung, aber eben auch bis weiter in den Osten in Richtung Mariupol, alles wieder zurückerobert werden soll. Tatjana, Russland beschuldigt die ukrainische Armee, das Atomkraftwerk Saprysia mit Drohnen attackiert zu haben. Welche Informationen gibt es darüber? Das muss ich ganz ehrlich sagen, ziehe ich im Moment gerade etwas blank. Kann ich mir auch nicht ernsthaft vorstellen. Die ukrainische Seite wiederum beschuldigt ja die russische Seite von diesem Gelände aus, vom Gelände des AKW mit mehrfach Granatwerfer, die Umgebung dort zu terrorisieren. Buchstäblich, wir sind dort gewesen in Nikopol vor drei Tagen. Ich muss kurz nachrechnen. Ja, ich glaube, vor drei Tagen war es, sind wir dort gewesen. Und dort schlagen im Prinzip durch diese Mehrfachgranatwerfer in dieser Ortschaft auf der anderen Seite der Bucht gelegen, sozusagen fast jeden Tag zwischen 30 und 50 Raketen ein, insbesondere in Wohngebieten. Wir sind da gewesen, wir haben das gesehen. Wenn jetzt die russische Seite sagt, die ukrainische würde mit Drohnen das AKW angreifen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das AKW damit gemeint ist, was ich mir vorstellen könnte. Wie gesagt, ich habe dafür keine Beweise, aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man natürlich versucht, diese mehrfach Raketenwerfer von russischer Seite aus, die dort stationiert sein sollen, auszuschalten. Tatjana, Dankeschön nach Odessa. Tatjana, Dankeschön nach Odessa.